Frau Mitchell Team mit Lisa Maher mit dem Aufschlag und klagt der erste Wahl zugunsten des Forsterteams. 0-0. Lucy Hahn mit dem Aufschlag für das Forsterteam. Gute Blockade, aber es ist Gabriela Rees, die hier den Punkt für die Mannschaft von Paul Mitchell erzielen kann. Lisa Maher mit dem Aufschlag. Verstanden haben wir 0-0. Aber nochmal gerettet. Rob Klein, Küstchen Klein, die da den Ball rettet, aber der Schmerz aber war zu lange und damit geht das Team Paul Mitchell, die Mannschaft von Paul Mitchell in Führung. Rob Klein, Küstchen Klein, die da den Ball rettet. Rob Klein, Küstchen Klein, die da den Ball rettet. Rob Klein, Küstchen Klein, die da den Ball rettet. Hier schauen wir uns das noch einmal an. Großartige Rettungsaktion hier von Klein. Und das ist Kieber Fips, die den Ball da lang spielt. Der Aufschlag war zu lang. Ballwechsel, also Aufschlagwechsel. Du siehst du? Zero Serving, one, there's a look at Anne Sherman, with her sister Sherry Boyer across the net. Anne Sherman, zu lang. Da war nicht genug Topspin auf den Ball und er schwebte über die Auslinie. Sherry Boyer, die den Aufschlag da für das Mittelteam besorgt, aber gute Blockade. Und zwar Sherman am Netz, die den Aufschlagwechsel erzwingen konnte. Und hier spielt der Winter eine Rolle. Es war ein Versuch, den Ball möglichst niedrig zu halten. Und der Kieber Fips, die gleich nach verlassener Schule in die Nationalmannschaft kam. Diesmal ohne Erfolg. Das blockieren funktioniert nicht ganz. Wiederum Fips. Klein. Ma'a mit dem Schmetterball. Und das ist ein weiterer Punkt für die Mannschaft Paul Mitchell. 2-0 die Führung dazwischen. Gabriel Riese mit dem Aufschlag. Das Modell, das sich Augen von Beachvolleyball anangemacht hat. Schöner Schmechaball. 0-2 in der Spielstand. Der Ball ging jetzt aus und damit hat, jetzt sehen wir es noch einmal, gut blockiert, aber der Ball ging über die Auslinie. Und damit ist die Mannschaft von Paul Mitchell wieder im Ballbesitz. Ma'a. 2-7-0. Mariusa Ma'a. Schöne Blockade von Fips. Und nochmal. Aber dauernd klappt sie nicht. Und der Ballverband für Paul Mitchell. 3-0 die Führung dazwischen für die Damen in schwarz. Gute Blockade von Fips zum zweiten Mal, aber dann der Schmetterball, da war niemand da. Gut gerettet. Oh. Das Netz war dann doch ein wenig zu niedrig, zu hoch. Und nun das Forster-Team, die mancher Forster mit Aufschlag und es ist Lucy Hahn, die hier den Aufschlag durchführt. 0-3. Da bin ich hier Glück, Gabriele Reese. Hier genau auf die Linie und damit der Aufschlag wieder für die Damen in schwarz, für die Mannschaft Paul Mitchell. Sam Schäfer. Aus. Haben weiter Punkte und sie für Paul Mitchell. 4-0 die Führung. Kieber Fips. Die den Ball da ernst aussetzt und den Punkt vergibt. 4-0 die Führung. Und mit Rückenwind. Oh ja. Und der Ball am Boden innerhalb des Spielfelds und das bedeutet Aufschlag, Rachel. Und die Mannschaft Forster wieder mit dem Ball. Wunderbarer Schmetterball von Gabriela Reese. Wunderbarer Schmetterball von Gabriela Reese. Das war ein etwas lose gespielter Ball von der Forster-Mannschaft. Die Mannschaft Forster mit dem Auftrag, sie hat wahrscheinlich mit der Hand über das Netz gelangt, um den Schmetterball anbringen zu können. Lucy Hahn, die normalerweise als Mechaniker tätig ist, wenn sie nichts am Schmetterrand Volleyball spielt. Ich wurde den Ball in Hartford, Connecticut. Ich glaube, das geht um Hartford in Connecticut. Die Frau in der Fürster. Und der Herr Schmetter. 4-1. 1-2. 1-2. 1-2. Wir sind der Winther. Wir stehen der Winther. Wir sind der Winther. Wir sind der Winther. Wunderbarer Wolle, aber zu lang. Zu lang. Hervorragender Punkt hier für die Mannschaft Paul Mitchell. 6-1 war so der Spielstand inzwischen. Gabriela Reese mit dem Aufschlag. Christine Klein mit dem Schmetterball, aber der wurde gerettet. Drinnen, nein, der war zu lang, der Ball zu lang. Und damit Aufschlag für die Mannschaft, Foster. Lucian, Christine Haas, Samantha Schäfer. Sie sind alle, ja. Unterdruck im Augenblick durch die Mannschaft Paul Mitchell. Das war ein Stratpunkt für die Mannschaft von Paul Mitchell. 1-7. Christine Klein, deren Vater ein berühmter Football-Spieler in den Vereinigten Staaten gewesen ist. Replakiert. 1-2-7. Inzwischen verkürzt für die Mannschaft von Foster. Anne Schirman ist hervorragend am Netz. Lang. Kieber, Phipps. Hier hat eine großartige Möglichkeit, die sie vergeben hat. Der Ball landet außerhalb des Spielfeldes und damit Aufschlag für die Mannschaft. Paul Mitchell. 7-2. Das Nisamaha mit einem Sprung aufschlag. Dann ein weiterer Punkt für die Mannschaft von Paul Mitchell, die jetzt 8-2 in Führung ist. Als sie gesagt hat, das ist ihre grundsätzliche Rolle, dass sie diesen Pass auf die Luft in den Herd zum Zentrum. Nun, 6 Punkte Vorsprung also für die Mannschaft von Paul Mitchell. Wir machen eine Pause. 8-2. Die Führung der Mannschaft von Paul Mitchell hier im Finale der WBBL-Meisterschaften. Die Favoriten hier. Die Mannschaft von Paul Mitchell inzwischen sind sie sicher im Griff zu haben. Scheinheim. Ein weiterer Punkt für die Mannschaft von Paul Mitchell und die Führung inzwischen. 7 Punkte. Frau Wheeler Rieser, eine der hervorragenden Mannschaften, hervorragende Spielerinnen der Mannschaft, die insbesondere am Netz großartige Erachtung bringt. Und dann Schäfer, Samantha Schäfer, hier mit dem Aufschlag. Oh ja, absolute Schwäche hier im Mitchell-Team. Christine Klein hat hier die Chance herausgearbeitet, die er zugeführt hat, dass der Punkt erzielt werden konnte. Und die Mannschaft, der Mitchell, muss sich in Acht nehmen, den Vorsprung hier nicht zu vergeben. Ja, da war niemand dran. Ann Sherman mit dem Aufschlag für Forster. Und er war drin. Und Sherman mit einem Wahnsinnpunkt für die Mannschaft von Forster. Und er war drin. Die Kieperfettel. Die Kieperfettel. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. �et die Mannschaft von Reiss. Der Viert von Rick Olmstedt. Die Mannschaft von Foster hier bestraft. Fahrt die Ballbehandlung. Hat Rick Olmstedt gesehen. Ich bin nicht sicher, was Rick Olmstedt da gesehen hat. Kürzen wir. Ries mit dem Aufschlag. So, schöner ist der Ball. Kieber Phipps. Fortschritte wieder mit dem Ball mit dem Aufschlag. Und der Chance ist hier, die... ...bilanzer werden nicht so viel besser. Die Mannschaft. Ja, 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 ja. Quick one! Set für Schavern. Oh, snap, snap. Sherman over the top of the net there. Und wir haben eine. Und wir haben einen. Aufschlag! Die Mannschaft, ich gehe. Ich gehe! Ich gehe! Ich gehe! und hier war für den guten versuch von mitchell den ball zu retten aber inzwischen der spielstand ist 6 zu nahm blockiert von phipps und damit der aufschlag wieder beim mitchell team noch ist der vorsprung ausreichend um ja eine schnelle entscheidung zwingen zu können wenn das paul mitchell team hier in der lage ist schnell punkte zusammen zu strecken ließ er mal mit dem aufschlag wiederum ist es die wir sind die blockiert erfolgreich blockiert zurückgewinnt hier sehen wir es noch einmal sehr sehr reaktionsschnell her in dieser situation und es steht ja auch speedo auf ihrem sonnenschirm ihrem augenschirm sie ist da so schnell Lucy Hahn mit dem aufschlag wiederum schön blockiert von kieber phipps und ein weiterer punkt der vorsprung von paul mitchell schmilzt dahin noch ein punkt der unterschied zwischen diesen mann mannschaften ist immer noch einmal wie kieber phipps in der lage ist den ball auf der anderen seite ist nett ist zu halten sieben neun sieben neun der Dann die Aggressivität der Spielerinnen von Paul Mitchell durch und es war nichts zu machen, aber es war ein unglaubliches, was wir hier an Volleyball sehen konnten. Christian Klein begann dieses hervorragende Defensive Spiel von Forster. Sam Shader war das mit dem Aufschrank ein. 3 Punkte für Paul Mitchell. 3 Punkte, der Vorsprung, der Aufwand in den Windschirm verkehrt von Rees, Gabriela Rees. Das ist ihre Stärke. And Sherman hat hier da zur Seite gestanden. Schäfer hier, Samantha Schäfer mit. Nein, sie macht nicht den Aufschrank. An Auszeit, aber wir gucken uns in der Zwischenzeit noch einmal an, wie der Rees am Netz wunderbar blockieren konnte. Wichtig dabei ist natürlich, wenn man den Ball blockiert, dass man ihn so spielt, dass er nicht ins Aus geht. Und das hat Rees hier hervorragend demonstriert. Der Ball verlangsamt. Grün blockiert, zweimal blockiert. Schon wiederum Kieber Fipps, die hier die beste Arbeit gelangstet hat. Da sehen Sie es, das war der Entschande. Aber ich bin zu Ende. Das war der Entschande. Ich bin angekommen mit dem Pil三awallo. Das ist ein freundliches Hiel. Der Ball. Schönes Rallye. Blick zum Setzweimer gerührt. Und damit kommt das Team-Vorstand weiter. 11-8 der Spielstand. Und Vorstand mit dem Aufstand. Da vorne eine Defensiv-Armung von Forster. Ja! Und damit zerrürzt die Maske von Forster auf 9-11. Die Schirme mit dem Aufschlag für den Mannschaft vom Forster. Zwei Punkte der Unterschied. Wunderbar, schmerzbar von Gabriela Reese. Die Kieba Phipps ist in der Mitte. So both of the defenders in the back row are taking the lines. And that time Gabriela Reese goes up high and over the top. There are twelve kids in the Boyer family. Two of that twelve on the court today. A setter on each side. There's her sister Anne, and that's Kieba Phipps. Der Ball hätte ins Ausgehen können. Der Ball geht ganz knapp ins Aus. Dieser Maher vergibt die Chance ihren Ball vom Mund zu erzielen. Und damit hat die Mannschaft von Forster wieder den Aufschlag. Hervorant gespielt von Forster. Und da ist die Mannschaft von Michelin Canalei in ein paar Zeiten oder zu tief gespielt. Um Michelin Canalei noch eine Chance zu geben. Christian Klein mit einem Datschfipps. Und ein nice left handed spank. Und ein nice left handed spank. Und ein Anne Sherman dann mit dem schaden den Schmetterball. Ein Punkt nur noch der Unterschied. Elf, zehn. Noch drin, gerade noch drin. Ein Ass. Elf, beide. Zum ersten Mal ist Pommetchen nicht in Führung. Aber diesmal hat Paul Mitchell die oberen Behalten. Ein Freihwechsel ist hier in dieser Phase natürlich sehr, sehr wichtig. Elf, beide. Hier jetzt in die Zielgerade. Er kommt jetzt darauf an. Und ein weiterer Punkt für das Team Paul Mitchell, da es inzwischen mit 12.11 in Führung ist. Er ist glatt da offen, 13.11 hier der Spielstand. Aber wiederum Cabrera Ries, Canalei war den Punkt zu erzielen. 2.1. 2.1. 2.1. Es reicht nicht. Fipps hat sich fallen. Rechnung zum Unfall. Es steht zwischen 14.11. Wiederum drei Punkte Vorsprung für die Mannschaft von Paul Mitchell und Championship Punkt. Für die Mannschaft von Paul Mitchell und Championship Punkt. Könnte der letzte Aufschlag dieses Turniers sein. das war es 15 der abschließende spielstand und die mannschaft vor mitchell hier erfolgreich die mannschaft ging als favorit in dieser auseinandersetzung kam er in der lage die erwartungen auch zu erfüllen das ist die taktische route für diesen meisterschaft ausgearbeitet hat und es ist die hier den entscheidenden punkt erzielt und die 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 die